Ich bin die Gwen von Arbeitsschutzexpress. Wir sind ein E-Commerce-Unternehmen für den Bereich Workwear und persönliche Schutzausrüstung. Unser Headquarter mit der Logistik und unserem Workwear-Shop befindet sich im Bayerischen Leibheim. Unser Kerngeschäft läuft über den Online-Shop. Wir haben uns die letzten Jahre zum Marktführer im E-Commerce etabliert und wir zeichnen uns besonders aus durch unsere große Produktvielfalt, unsere hohe Verfügbarkeit und die schnelle Lieferung. Mit unseren Fachbodenregalen hatten wir zuletzt eine Auslastung von über 100 Prozent, heißt unsere Boxen waren leider übervoll. Um unser starkes Wachstum auch in Zukunft bewältigen zu können, haben wir uns 2021 dazu entschieden zu modernisieren und haben Kardex hier als starken Partner mit an Bord genommen, der uns das ganze Projekt entsprechend realisiert und umgesetzt hat. Mit Umsetzung des Autostores konnten wir unsere Grundfläche von 3000 Quadratmetern auf 1400 Quadratmeter reduzieren und jetzt haben wir eine 60-prozentige Auslastung und somit noch sehr viel Platz zum Wachsen. In enger Zusammenarbeit mit Arbeitsschutz Express haben wir ein Konzept entwickelt, dessen Herzstück ein Autostore mit 54.000 Behälterstellplätzen ist. Da es auch noch grosse Mengen von Paletten braucht, haben wir ein Breitganglager, das im gleichen Raum ist wie das Autostore und ein Aussenlager, wo wir die Paletten dann im Blocklager lagern. Auch die Anforderungen an die Software sind sehr hoch und mit dem Kardex Control Center konnten wir alles abbilden. Vom Wareneingang über die Einlagerung, Kommissionierung, Versand und auch Retourenbearbeitung. Zudem kamen natürlich auch noch die speziellen Anforderungen von den Value Added Services und von der Belieferung des Shops. Ein wichtiger Punkt, warum wir uns für den Autostore entschieden haben, war die hohe Ausfallsicherheit. Die Anlage ist sehr wartungsarm und die Wartung kann im laufenden Betrieb stattfinden. Des Weiteren sind alle Komponenten redundant, heißt wenn ein Roboter oder ein Port ausfällt, können wir mit dem Weiteren weiterarbeiten. Hier befinden wir uns im Kommissionierprozess und kommissionieren einen Kundenauftrag aus unserem Online-Shop. Bei uns hat jeder Artikel einen ERN-Code hinterlegt. Ohne diesen ERN-Code können wir einen Artikel weder in den Autostore einlagern noch auslagern. Somit ist hier eine hohe Genauigkeit gewährleistet. Wir haben uns für die grössten Autostore-Boxen entschieden, da wir dadurch unsere Schuhkartons hochkant in die Box legen können und der ERN-Code direkt zum Scannen nach oben zeigt. Bei Arbeitsschutzexpress kommt die neueste Generation der Roboter zum Einsatz, die sogenannten R5 Plus Roboter, die eben auch die grossen Behälter, die bei Arbeitsschutzexpress eingesetzt werden, handeln können. Positiv zu erwähnen ist die Personalstruktur, welche sich durch die Automatisierung stark verändert hat. Wir hatten vor der Automatisierung ca. 30 Mitarbeiter in der High Season und können jetzt mit 12 Mitarbeitern in einer Schicht, vorher waren es zwei Schichten, unser Tagesgeschäft mit ca. 2000 Paketen bewältigen. Durch unsere Autostore-Anlage haben im Vergleich zu unseren Fachbodenregalen viel ergonomischere Arbeitsplätze geschaffen. Unter anderem wurden die Laufwege drastisch reduziert und Bücken und Schrecken gehört jetzt der Vergangenheit an.